Was? Achso. Heute geht es um das Thema Gehörschutz. Hallo und herzlich willkommen bei Diktum. Ich selbst kenne mindestens zwei Altgesellen, bei denen es schwierig war, sich mit denen zu unterhalten, weil sie schwerhörig waren. Es kam einfach durch die jahrelange Arbeit im Maschinenraum, die Kreissäge, Abrichthobel, Dickenhobelmaschine sind extrem laut, waren früher noch viel lauter und man hat auf dieses Thema Gehörschutz wenig geachtet. Insofern ist es wirklich wichtig, wenn man mit Maschinen arbeitet oder generell, wenn man lauten Geräuschen dauerhaft ausgesetzt ist, sich um das Thema zu kümmern. Und deswegen geben wir heute Tipps zur Auswahl eines geeigneten Gehörschutzes. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, wenn es laut wird, dass man einen Gehörschutz aussetzt. Schon allein aus der Tatsache heraus, weil wir unsere Ohren schlecht reparieren können. Gesetzlich gibt es natürlich Vorschriften. Und zwar ab einem Tageslärmexpositionspegel, wie es so schön heißt, also wenn wir dauerhaftem Schalldruck, Lärm ausgesetzt sind, von 80 Dezibel A, beziehungsweise bei Spitzenschallpegeln von 135 Dezibel C, muss einem der Arbeitgeber einen Gehörschutz zur Verfügung stellen. Aber was bedeutet das jetzt? Das sind schöne Zahlen. Also nehmen wir mal an, ein normaler Haushaltsstaubsauger hat ungefähr 70 Dezibel A. Ein vorbeifahrender Zug in 30 Meter Entfernung hat einen Dezibelwert von ungefähr 80. Und auf einem Rockkonzert, Artrockkonzert, haben wir einen Schalldruckpegel von 130 zum Beispiel. Und ein startender Jet in 50 Meter Entfernung erreicht 140 Dezibel A. Ja, es ist diese Skala, die Dezibel Skala gibt eben diese Werte an. Und was bedeutet das, diese Veränderung? Es ist relativ subjektiv, wie wir Schalldruck wahrnehmen. Also 10 Dezibel empfinden wir, also eine Veränderung von 10 Dezibel, empfinden wir als doppelt so laut in etwa. Der Schalldruck ist aber 10 Mal so hoch. Also es ist eine sehr subjektive Angelegenheit mit dem Schalldruck. Aber, wie gesagt, Vorschriften ab 80 Dezibel A in Dauerpegel sollte man einen Gehörschutz tragen. Aber welchen Gehörschutz sollte man denn dann wählen? Weil es gibt ja auch unterschiedliche Gehörschutzarten. Einfachste Unterteilung wären jetzt mal so Ohrstöpsel und Kapselgehörschutz. Dann gibt es natürlich auch noch diese Dinger für den Helm und noch weitere Gehörschutzmaßnahmen. Aber gängig sind eben Ohrstöpsel und Kapselgehörschutz. Und da eine kleine Orientierungshilfe. Es gibt diese einfachen Einweg-Gehörschutz-Stöpsel, die man einsetzen kann. Die gibt es auch in verschiedenen Klassen. Immer wenn die angeboten werden, wenn man zum Beispiel ein Werk besichtigt und so weiter, nutzt die. Nehmt die, steckt die in die Ohren. Je nachdem, wenn man sich unterhalten will und so weiter, da gibt es weniger welche, die weniger gedämmt sind. Und wenn man in einer großen Firma ist, wo es wirklich laut wird, dann gibt es auch stärker gedämmte Einweg-Stöpsel. Die sind allerdings eben nicht sehr nachhaltig, weil die setzt man einmal ein und hinterher schmeißt man sie dann weg. Wir verwenden bei Diktum in den Kursen eigentlich immer unsere Kapselgehörschützer oder eben solche Gehörschutzbügel oder dauerhafte Gehörstöpsel. Und da gibt es eben auch verschiedene Formen. Die einfachsten Dauergehörstöpsel sind eben diese kleinen Tannenbäumchen, hat man dazu gesagt beim Bund. Das sind diese Lamellengehörschützer. Die passen sich eben durch die Lamellen sehr gut dem Gehörgang an und schützen wirklich recht zuverlässig vor Lärm. Dann gibt es diese gleichen Tannenbäumchen oder ähnliche Tannenbäumchen auch mit Kordel dabei, sodass man sich die eben, wenn man jetzt zum Beispiel öfter mal wechselt von Unterhaltung beziehungsweise dann zur Arbeit und zum Lärm, dass man die sich einfach um den Hals hängen kann und hat man die auch immer griffbereit um den Hals hängen. Ich selbst nutze gerne diesen Bügelgehörschutz hier. Den kann man sich einfach um den Hals hängen, wenn man durch die Gegend läuft. Also ich begleite ja öfters mal Kurse bei Diktum und wechsel dann zwischen Maschinenraum und Bankraum. Und um da immer dann den Gehörschutz griffbereit zu haben, ist so ein Kapselgehörschutz vielleicht ein bisschen unpraktisch, aber dieser kleine Bügelgehörschutz lässt sich da recht gut einfach um den Hals legen und stört nicht weiter. Bei diesem Dauergehörschutz, die kann man in der Regel auch einfach auswaschen. Also wenn es ein bisschen dreckiger wird, kann man die einfach reinigen, einfach mit ein bisschen Seifenwasser abspülen, sauber machen und dann halten die, je nachdem wie oft man die trägt und wie stark man sie benutzt, mindestens ein Jahr kann man die dann verwenden. Immer wenn es staubiger wird, wenn zu dem Lärm auch noch Staubbelastung dazukommt, empfehle ich aber, einen Kapselgehörschutz zu tragen. Also wer schon mal in einer staubigen Umgebung gearbeitet hat, der weiß, wie viel Dreck sich in den Ohren ablagern kann und so ein Kapselgehörschutz schützt eben zusätzlich auch vor Staub. Kapselgehörschützer gibt es ja in unterschiedlichen Ausführungen. Ich habe mal hier drei Modelle mitgebracht, die wir in unseren Kurswerkstätten einsetzen. Das sind die von Perltor und die, also M3 Perltor und das ist der Einsatz zweier und dreier und die sind in unterschiedlichen Dämmungen eingeordnet. Also sieht man ja schon an der Dicke, an der Größe der Kapseln, dass die eben unterschiedlich stark sind und die Dämmung wird normalerweise bei uns im SNR-Wert angegeben, also Single Number Rating heißt das abgekürzt und das ist so ein Durchschnittswert quasi über mehrere Frequenzen, über die Durchschnittsfrequenz und gibt an, um wie viel Dezibel der Schalldruck reduziert wird. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel beim Perltor 1 eine Schalldruckreduzierung habe, also einen SNR-Wert von 27 habe, dann wird eben der Schalldruck um 27 Dezibel heruntergesetzt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt einen dauerhaften Schalldruck habe von knapp 100, sagen wir mal, lässt sich leichter rechnen, ich einen Gehörschutz mit SNR 27 aufsetze, dann bin ich nachher bei 73. Das ist so ungefähr bei einem lauten Haushaltsstaubsauger bin ich dann angekommen vom Schallbelastungen her. Im Maschinenraum wird es meistens lauter, Kettensäge und so weiter liegt deutlich über 100, 110 meistens. Dann bräuchte ich eben schon einen Perltor 2 mit 31 Dezibel Reduzierung, also SNR 31 und dann komme ich eben auch bei 110 unter diese 80, die eben als gesundheitsgefährdend gelten. Und wenn es noch lauter wird, ich wirklich lange im Maschinenraum bin, zum Beispiel eine Abrichte, die extrem laut ist und so weiter, dann greife ich eben zu dem Perltor 3, der reduziert den Schalldruck um 35 Dezibel. Also da bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn es mal wirklich richtig laut wird. Auch für Kinder gibt es Gehörschutz, Kinderohren sind besonders empfindlich und da gibt es eben auch von M3 einen Gehörschutz für Kids. Und denkt dran, Kinderohren brauchen einen besonderen Schutz und die sind irgendwie so konzipiert, dass sie eben ein bisschen kleiner sind, leichter, weniger Druck auf die Ohren ausüben und die helle Farbe soll dafür sorgen, dass eben, ja, dass man diese Gehörschutz auch besser sieht, beziehungsweise auch die Kids in der Werkstatt besser sieht. Solche Kapselgehörschützer dämmen den Schall wirklich gut. Das kann aber auch von Nachteil sein, zum Beispiel wenn man seine Umgebung wahrnehmen möchte oder wahrnehmen muss aus Sicherheitsgründen, zum Beispiel weil Verkehrswege vorbeiführen und Gabelstapler und so weiter dort fahren oder zum Beispiel auf der Jagd, wenn man die Umgebungsgeräusche mitbekommen will, man aber vor dem Knall geschützt sein will. Da gibt es von M3 den Perltor Hand, gibt es auch andere Modelle und zwar sind das aktive Gehörschütze. Die funktionieren so, dass sie eben grundsätzlich den Schall herunterdämmen auf einen gewissen Wert und dann über eine Elektronik eben über zwei Mikrofone, die außen angebracht sind, den Schall aufnehmen und nach innen weiterleiten und je nach Modell kann man dann diesen Schall, die Lautstärke einstellen, die Geräusche und beim Perltor Hand kann man zum Beispiel die Umgebungsgeräusche sogar noch verstärken, sodass man das noch weiter lauter wahrnimmt, als sie eigentlich sind. Wäre natürlich kontraproduktiv, dass in dem Moment, wenn man schießt, der Schall auch noch lauter wird. Die Elektronik sorgt dann dafür, dass im Bruchteil von Millisekunden bei einer Überschreitung eines gewissen Schalldruckpegels, meistens so 85, 87 Dezibel, dass in dem Moment dann die Schallweiterleitung abgeschaltet wird und die eigentliche Dämmung greift, sodass eben dann der Knall eben nicht zu hören ist, beziehungsweise gedämmt zu hören ist. Wenn man zum Beispiel in einem Werk arbeitet mit großen Maschinen, große Maschinenhalle, wo zusätzlich eben in den Verkehrswegen zum Beispiel Transportwege sind für Jabelstapler oder eben große Werkstücke, wo man die Umgebung wahrnehmen muss aus Sicherheitsgründen, ist es eben zu empfehlen, dann eben zu einem aktiven Gehörschutz wie diesem zu greifen, damit man das Piepsen zum Beispiel auch von Gabelstaplern und so weiter hört, wenn die an einem vorbeifahren. So einen aktiven Gehörschutz gibt es mittlerweile auch in ganz kleinen. Die sind recht praktisch. Hier habe ich mal ein Modell mitgebracht, was ich schon seit längerer Zeit habe. Die sind angenehmer zu tragen, weil eben die Ohren nicht ganz so zu sind und auch die erlauben eben das Weiterleiten von Außengeräuschen. Gibt es mittlerweile auch von Festool Gehörschutze, die sich sehr gut anpassen lassen. Das hier ist ein älteres Modell, was ich mir mal geholt habe. Das sitzt nicht so gut im Ohr. Da muss man immer gucken, dass die Gehörstöpsel wirklich drinnen bleiben, auch wenn unterschiedlich große Polsterungen dabei sind zum Anpassen. Bei Festool sind, glaube ich, mehrere Polster dabei, sodass man da wirklich gucken kann, dass diese Gehörstöpsel eben auch gut im Ohr sitzen, weil nur dann dämmen sie und bleiben auch im Ohr. Und man ist mit seinem Gehör auf der sicheren Seite. Ich fasse noch mal kurz zusammen, beziehungsweise so ein kleines Resümee für mich ist, die Frage ist nicht, ob man einen Gehörschutz trägt, sondern welchen Gehörschutz man trägt. Und dieses welchen Gehörschutz man auswählt, richtet sich eben danach, was man braucht. Wenn man, so wie ich, bei den Kursen zwischen Maschinenraum und Bankraum ständig wechselt und nicht groß nach einem Gehörschutz suchen will, ist es praktisch, wenn man den immer dabei hat. Da sind eben solche Ohrstöpsel oder auch die mit der Kordel sehr praktisch. Die habe ich dabei und kann die eben auch schnell mal einsetzen, wenn ich kurz im Maschinenraum bin. Brauche ich also nicht nach einem Gehörschutz zu suchen, ist also auch nicht lästig, weil nichts ist schlimmer als ein Gehörschutz, den man nicht trägt. Wenn ich einen dauerhaften Lärm ausgesetzt bin und einen guten Schutz fürs Gehör brauche, sollte ich eben auf einen Gehörschutz achten mit einem relativ hohen SNR-Wert. Eben zum Beispiel wie hier. Und wenn ich Komfort haben möchte oder brauche, weil ich meine Umgebung am Arbeitsplatz wahrnehmen muss, dann kann ich eben auch zu einem aktiven Gehörschutz greifen, der eben dafür sorgt, dass ich mich problemlos unterhalten kann. Und wenn es laut wird, eben dann ruckzuck den Schall runterregelt, dass ich da eben auf der sicheren Seite bin. Es gibt noch viel mehr Informationen zum Thema Gehörschutz. Das ist ein weites Feld. Ein paar Sachen, die ich noch recherchiert habe, konnte ich jetzt nicht in dieses Video hineinpacken. Die packen wir aber in den Werkzeug bis zum Blog hinein. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen, das, was ich jetzt hier vorgestellt habe und noch ein paar zusätzliche Informationen. Da könnt ihr das alles nachlesen. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch trotzdem gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst uns ein Like da, einen Daumen nach oben. Abonniert den Diktum YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr von uns. Wenn ihr keine Aktionen von Diktum verpassen wollt oder auch über Neuheiten auf dem Laufenden bleiben möchtet, dann abonniert den Diktum Newsletter. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein gesundes Gehör mit einem passenden Gehörschutz. Und wir hören und sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Diktum. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Diktum.